Hey, Lärche! So alleine? Hier ist niemand mehr. In den letzten Jahren sind viele Arten verschwunden. Wem sagst du das? Wir sind auch nur noch halb so viele wie früher. Oh ja, wir Tiere haben keine Chance. Wir verdienen mehr Respekt. Wählt für die, die keine Stimme haben. Diesmal wähle ich. Europawahlen am 26. Mai 2019 Europawahlen am 26. Mai 2019